Okay, dann würde ich sagen, weil wir haben zwar noch anderthalb Stunden Zeit, aber dann wollen wir auch noch die Aufstellung bequatschen und so weiter. Ihr wisst ja, wie das immer läuft und am Ende hat man wieder weniger Zeit, als man dachte, lasst uns mal in den Artikel vom Tagesspiegel reingehen. Weil der auch irgendwie mich selbst als Hertha-Fan, uns alle als Hertha-Fan und vor allem mich auch als jetzt Person des öffentlichen Lebens, wenn auch nicht mit wahnsinnig geisteskranker Reichweite, aber doch schon einer aktiven Community, betrifft mich das natürlich auch. Ich habe den Artikel wie immer noch nicht gelesen, könnt ihr euch im Tagesspiegel oder auf tagesspiegel.de reinziehen. Nicht immer so negativ heißt er, Hertha BSC ist eine intellektuelle und emotionale Herausforderung. Wie ihr es ja auch immer so schön sagt, man fühlt sich hier bei Twitch und bei YouTube wie in so einer Selbsthilfegruppe als Hertha-Fan. Und wenn man einen Hertha-Fan über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre betrachtet, dann ist es schon leichter Masochismus, den wir hier als Fans betreiben. Es läuft mal wieder nicht für Hertha BSC. Chris Robert, Fan des Vereins, sucht trotzdem das Gute. Auf Twitter betreibt er den Account Hertha Positive. Oder ja, Hertha Positive ist ja ein E hinten dran. Kennt jemand diesen Twitter-Account? Ich bin ja immer noch auf Twitter gesperrt. Warum auch immer, nach meinem dritten Post wurde ich ja gesperrt. Ich kann nichts mehr machen, deswegen kann mich diese Plattform mal, ich werde da gar nichts mehr machen. Bin richtig beleidigt. Solange ich selber nicht posten kann, will ich da auch nicht drauf. Aber kennt den Account einer? Ist der bekannt? Oder ist der nicht so bekannt? Chris Robert, 29. Betreibt bei Twitter den Account Hertha Positive. Er ist in Berlin aufgewachsen und seit fast zwei Jahrzehnten Hertha-Fan. Inzwischen verfolgt er das Geschehen bei seinem Lieblingsclub als Exilhertaner vom Rheinland aus. Da sind ja bei euch auch viele mit dabei, die gar nicht aus Berlin sind und sich hier die Community suchen, sage ich mal, um ein paar Gleichgesinnte einfach mal zu finden. Dennis schreibt, der Account ist wild, okay. Weil den Medien gerne vorgeworfen wird, dass sie viel zu negativ seien und sie viel zu kritisch mit Hertha BSC umgingen. Warte mal, jetzt habe ich hier doch irgendwas im Text ver... Ach, Herr Robert. Herr Robert. Was ist das für eine komische Frage? Weil den Medien gerne vorgeworfen wird, dass sie viel zu negativ seien und viel zu kritisch mit Hertha BSC umgingen. Es ist ja nicht so, dass der Verein in den vergangenen Jahren besonders viel Positives geboten hat. Das schlägt sich natürlich auch in der Berichterstattung nieder. Die Medien machen ihren Job. Ich glaube auch, wenn ich jetzt mal an der Stelle meine Meinung dazu sagen darf, an der Stelle, es ist halt auch ein bisschen dreist, einfach zu sagen, ja, das ist viel zu negativ. Jetzt mal ganz ehrlich, bei dem, was wir die letzten Jahre abgeliefert haben, sowohl sportlich als auch ganz einfach von der Außendarstellung, wie wir unseren Verein dargestellt haben. Wir sind ja überall nur noch eine Witznummer oder eine Witzfigur oder eine Lachnummer, so rum. Was soll man denn da nicht kritisieren? Also ich meine, ich glaube nicht, dass in den Zeiten, wo wir stabil gestanden haben, unter Darder es reinhaft Kritik gehagelt hat. Es hat Kritik gehagelt, seitdem das angefangen hat, alles mit Lars Windhorst. Oder als wir extrem in Abstiegsnot waren, aber jetzt auch zu Zeiten von Favre, da gab es doch gar nicht so Kritik. Also ich glaube nicht, dass wir zu kritisch sind. Ich glaube einfach, dass Hertha BSC an sich, die haben zwar mittlerweile große Ansprüche, aber wir wissen es ja von Michael Pehpunkt, das war halt damals eine absolute Fette an Wirtschaft oder das ist es teilweise immer noch. Und dass da nicht nach dem absoluten Leistungsprinzip gegangen ist. Man war einfach in der Komfortzone mit dem zufrieden, was Hertha halt geboten hat. Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass man da zu kritisch ist. Ich finde es fast, wir sind noch fast zu nett, muss ich ehrlicherweise sagen. Mike77 Berlin, danke für 200 Bits, du alter Edelmann. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwichmaker. Danke für deinen Support, du geile Sau. Sie hingegen betreiben bei Twitter den Account. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Da bin ich mir erschrocken. Hertha Positiv und verbreiten dort nur positive Nachrichten über Hertha BSC. Also das ist natürlich wirklich wild. Muss ich mir mal auf jeden Fall nachher angucken. Lass mal ran da, du Jurke. Vielen Dank für dein, was hast du mir geschenkt? Dein Tier 1 hat auch sechs Monate am Start. Auch du hast den Champions League Pokal am Start. Hi Leute, heute mal bitte drei Punkte. Ja, wäre wichtig und richtig. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwichmaker. Und danke für ein halbes Jahr Support, mein Lieber. So, also auf die Frage, er verbreite ja nur positive Nachrichten über Hertha BSC. Dann kann er ja eigentlich nur einmal im Monat twittern. Ja, ich versuche tatsächlich den Fokus auf die positiven Dinge zu richten. Aber das heißt ja nicht, dass ich einen journalistischen Anspruch damit verfolge. Ganz im Gegenteil. Ich zwinge mich einfach, die Dinge positiv zu sehen. Und nach dem Motto, Energie folgt der Aufmerksamkeit, hoffe ich, dass dabei etwas Positives herauskommt. Für mich, aber auch für andere, die dem Account folgen. Also das würde mir ja unfassbar, ich bin ja sowieso so ein Typ, ich reg mich ja über alles auf bei Hertha. Aber das würde mir ja so unfassbar schwerfallen, wenn ich alles auch noch positiv beschönigen müsste. Das könnte ich ja gar nicht. Was war der Auslöser, diesen Account zu betreiben? Ich habe in den vergangenen Jahren, wie vermutlich viele Fans, einfach unter der Lage bei Hertha gelitten. Das war schon ein ganzer Cocktail mit negativen Erfahrungen. Mit Abstiegsangst, enttäuschten Erwartungen und hat mich emotional sehr mitgenommen. Eigentlich war jedes Wochenende schlecht gelaunt. Ja, nichts Neues. Also habe ich mir gedacht, ich muss mein Fan-Dasein verändern. Sonst ist das einfach belastend. Dass es ausgerechnet in der schwierigen Corona-Zeit viele positive Initiativen von Hertha-Fans gab, hat mich sehr inspiriert. Vor allem bei Hertha ist es so, dass man sich an der Fangemeinde erfreut. Das ist ja auch hier bei uns der Fall. Ab Mittwoch bin ich ein Jahr auf YouTube. Da habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch sehr froh, dass ich hier so eine Community für euch gefunden habe. Weil die Hertha-Fans, wir sind nicht die größte Gemeinschaft bei Hertha-Fans, aber wir halten halt alle ganz arg zusammen. Ob es zum Beispiel Hertha-Hilft ist oder die Aktion Hertha-Kneipe durch Corona, fehlt gerade das im Moment. Sie schreiben, dass der Account auch eine Form Selbsttherapie sei. Es geht also um ihr Seelenheil. Damit das nicht jedes Wochenende eine Folter ist und ich jeden Samstagabend schlecht gelaunt bin, da muss man sich manchmal selbst ein bisschen austricksen. Ich könnte euch einen guten Trick sagen, wie man sich selber austricksen kann und nicht schlecht gelaunt zu sein jedes Wochenende. Aber ich möchte hier nicht Werbung machen dafür, dass ihr alle Alkoholiker werdet. Im August haben sie mit Hertha positiv angefangen, ach diesen August erst angefangen, nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison. Das war für mich der Moment, an dem ich festgestellt habe, okay, diese Saison wird also mehr oder weniger so wie die letzte. Das wollte ich einfach nicht wiedererleben. Der Autor Klaus Ungerer twittert unter Masochisten für Hertha. Da gibt es wirklich schon einen Twitter-Account. Es gibt einen Account namens Sorgenkind. Ist das schlecht gelaunte und tendenziell negative nicht gerade Teil der Hertha-DNA? Also eine Sache muss man dazu schon sagen, ich gehe auch gleich auf den Chat ein. Ich will bloß hier erstmal den Artikel durchlesen. Keine Sorge, Mario, ich lese mir das gleich nochmal durch. Ich kann es auch gleich nochmal reinschreiben sonst. Wir wissen ja schon, dass die Deutschen an sich ja schon mal relativ pessimistisch in allem sind. Ja, das liegt an Kultur, das liegt auch am Wetter und ganz, ganz vielen Sachen. Also wir sind jetzt nicht gerade die Optimisten auf der Welt. Ich glaube, die Berliner in Deutschland sind nochmal pessimistischer und nochmal ruppiger und nochmal kritischer und was weiß ich. Was ja auch nicht schlimm ist, das ist halt einfach unsere Art. Und das spiegelt sich natürlich dann auch automatisch bei den Hertha-Fans wieder, weil viele Hertha-Fans eben aus Berlin sind und nicht irgendwie wie bei Bayern, dass sie über das ganze Land verteilt sind. Aber Hertha trägt natürlich seinen Teil einfach dazu bei, muss man ganz ehrlich einfach mal so sagen. Aber man muss auch ganz ehrlich eben sagen, dass wir eben auch, ich bin ja selber auch so schon, wir sind schon kleine Mecker-Fritzen und Mecker-Liesen, Mecker-Johnnies. Ja, zwangsläufig, weil Hertha chronisch erfolglos ist. Das hört sich jetzt fies an. Ich liebe diesen Verein natürlich, aber in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren waren wir nicht unbedingt gesegnet mit Erfolgen, mit Titeln und fantastischen sportlichen Höhepunkten. Deswegen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass das Pessimistische ein bisschen in unserer DNA steckt. Andererseits ist man nach zwei, drei Siegen auch wieder super positiv. Das stimmt, aber das liegt einfach daran. Deswegen freut man sich ja als Hertha-Fan auch so krass über Siege. Das kann ein anderer Fan gar nicht nachvollziehen, weil wir eben so oft enttäuscht werden, dass uns diese Kleinigkeiten freuen. Und das stimmt, es gibt ja auch so Vereine zum Beispiel wie Gladbach. Die hatten ja auch Zeiten, wo sie mal zweite Liga waren, aber die hatten auch sehr große Zeiten in den vergangenen 40 Jahren. Wir hatten in den gesamten letzten 50, 60, 70 Jahren niemals richtig große Zeiten, wo man was gewonnen hat oder um Titel mitgespielt hat. Und da gibt es ja eigentlich wenig Vereine von, die sich in der oberen Liga halten, außer jetzt sowas wie RB Leipzig oder so, die gar nichts gerissen haben. Das gibt es eigentlich sehr selten. Ist es manchmal mehr Last als Lust, das Positive bei Hertha zu suchen? Das ist wie eine Therapie. Manchmal ist es leicht, das Positive zu finden und manchmal muss man echt arbeiten. Bei manchen Spielen muss man schon ein bisschen länger nachdenken. Aber es macht auch Spaß, sich damit zu befassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es auch eine Therapie, aber für mich ist es auch eine Therapie, wenn ich einfach, wenn wir jetzt heute wieder verlieren oder letzte Woche verloren haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel danach mein Video mache und ich mich einfach nur aufrege und sage, wie scheiße ich alles fand und wie schlecht ich den fand und den fand und den fand und meine schlechten Spielernoten gebe. Das ist für mich auch irgendwie eine Art von Frustbewältigung, muss ich an der Stelle mal sagen. Ähm, Hertha ist also manchmal eine echte intellektuelle Herausforderung. Definitiv intellektuell, aber auch emotional. Nach der Niederlage gegen Köln am Wochenende haben sie geschrieben, es sei positiv, dass Hertha nicht komplett zusammengebrochen sei. Lernt man als Hertha-Fan, sich an den kleinen Dingen zu erfreuen? Ja, das finde ich aber auch, also daran kann ich mich nicht erfreuen. In solchen Situationen muss man, muss man das sogar. Nach dem Köln-Spiel ist es natürlich leicht zu denken, jetzt geht wieder alles komplett bergab wie in der Hinrunde. Aber nach der Niederlage gegen Mainz haben sie, haben das wahrscheinlich auch viele gedacht. Nach dem 0-4 im Dezember. Und vier Tage später haben wir Dortmund geschlagen. Ja, wir haben gegen Köln 1-3 verloren, aber letzten Endes war es eben ein, war es eben absolut kein Spiel wie in Mainz, wo wir von Anfang an, äh, von Anfang bis Ende chancenlos waren. Ja, das ist, das ist klar. Man kann wirklich, man kann auch wirklich ein hoffnungsloser Optimist sein. Ihr Account hat knapp 600 Follower. Aber sind sie damit zufrieden? Das Ziel war nie, eine besonders große Zahl an Followern anzulocken. Es ist eher ein Experiment und wie schon gesagt, eine Selbsttherapie. Kann ich bei mir nur bestätigen, was der junge Mann sagt. Manchmal schreiben mir Leute, die positive Botschaft in dieser düsteren Zeit habe ich gebraucht. Das freut mich total. Es gibt also einen Markt für positive Nachrichten über Hertha BC. Ich weiß nicht, ob es einen Markt gibt, aber es gibt auf jeden Fall Bedarf an positiven Nachrichten. Und ich finde, Herthas Mannschaft könnte durchaus mehr dazu beitragen. So ist es. Die Saison hat schon wieder einige Enttäuschungen bereit gehalten. Wann war es für sie am schwierigsten, etwas Positives zu finden? Bei diesen Riesenklatschen gegen Bayern und Leipzig habe ich mir schon gedacht, wenn ich jetzt versuche, dem noch etwas Positives abzugewinnen, ist das fast schon eine Beleidigung für unsere Intelligenz. Das war wahrscheinlich die größte Herausforderung. Vor allem die zweite Klatsche in Leipzig war ganz fies. Aber wenn man mal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, findet man selbst nach solchen Spielen noch etwas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch so ein Typ, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich auch so, deswegen ist man ja auch Hertha-Fan. Man will sich auch danach aufregen. Also ich will, kann ja jeder mit umgehen, wie er selber will. Wenn man immer das Positive rausziehen möchte oder kann, dann ist es ja gut. Aber ich sage euch ehrlich, ich will mich dann auch aufregen. Also wenn Hertha schlecht gespielt hat, will ich nicht alles schönreden und sagen, das war ja schön und das war schön. Nein, das will ich nicht. Ich will dann einfach mich aufregen. Und das ist meine Frustbewältigung, mich aufzuregen. Gab es in dieser Saison auch einen Moment, wo sie definitiv keinen Bock mehr hatten, etwas Positives zu suchen und zu schreiben? Da gab es viele. Aber ich habe ja das Glück, dass ich nicht verpflichtet bin, etwas zu posten. Nach einigen Spielen habe ich mir gesagt, ich bin jetzt echt nicht in der Stimmung, das zu machen. Da kommt nichts Gutes bei raus. Mit einer Nacht Abstand sieht es dann schon wieder anders aus. Am Samstag steht das wichtige Spiel beim VfL Wolfsburg an. Können Sie drei Gründe nennen, warum Hertha-Fans von Hertha-BSC dieser Begegnung, warum Fans von Hertha-BSC dieser Begegnung positiv entgegenblicken sollten? Jetzt hört ihr, warum ihr alle positiv sein solltet, inklusive mir. Ja, kann ich. Der erste wäre, dass wir auf einen Gegner treffen, der gerade auch nicht in der stabilsten Lage ist. Das wäre eigentlich eher ein Argument gegen unsere Leistung, weil wir gegen so eine Gegner immer verlieren. Aber okay, man denkt ja oft, der eigene Verein sei der einzige, der Probleme hat. Tatsächlich haben aber auch andere Vereine Schwierigkeiten, die man ausnutzen könnte. Also das ist für mich ein schlechtes Argument. Wolfsburg hat die letzten acht Pflichtspiele verloren. Zweites Argument wäre, mit jedem Tag erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler, die zuletzt nicht zur Verfügung standen, wieder dabei sind. Je voller der Kader, desto größer unsere Chancen. Und drittens, wir haben im Moment die Situation, dass Hertha abwechselnd gut und schlecht spielt, gewinnt und verliert. Und nach dem Gesetz der Serie müsste es gegen Wolfsburg also wieder einen Sieg geben. Das ist traurig, wenn man sich darauf berufen muss, liebe Freunde. Das ist wirklich sehr traurig, wenn man sich auf sowas berufen muss, dass das die Hoffnungsträger sind. Irgendwelche Serien, mal gewinnt man, mal verliert man. Und dass ein paar Spieler wieder kommen. Aber gut, wir hoffen einfach mal das Beste. Genau. Genau. Ja, wie geht's Вам?